Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und wir spielen heute Realistic Summer Sports. Deutschland, ich werde die Flagge holen! Nein! Deutschland! Deutschland! So, wir legen los. Was? Warum wurde ich disqualified? Was ist denn mit dem los? Kann der nicht laufen? Oh, der läuft mega die krasse Zeit, Alter. Boah, macht doch einen Salter am Ende! Alter, richtiger Boy. Das sieht doch mal sehr schön aus, das machen wir sehr elegant. Was ist mit unseren Kniescheiben los? Die Landung, Alter. Die Landung! Richtiger Boy. So, nochmal. Und die andere Richtung. Komm, du musst dir Leuten was bieten hier, Johnny. Diese Landung schon wieder. Schon wieder 2,4. Ja, dritter geworden! Da ist die erste Medaille für Deutschland, Leute. Da ist sie. Hat das Springreiten. Ach Gott. Ach Gott, das fährt immer alles mit hier! Was ist das noch für ein Pferd, Alter? Okay, Radfahren, das kriegen wir hin. Komm, Junge! Komm, Junge, zieh dran! Junge, zieh dran! Komm! Komm, Junge, zieh dran! Komm, Junge, Maschine! Okay, das muss eine Medaille sein, Leute. Da ist die Silbermedaille für Deutschland! Die zweite Medaille! Nice one! Wie soll ich das Ding ansonsten? Ich muss erstmal da hingehen. Wollt ihr mich verarschen? Junge, Togo geht aber auch ab. In jeder Sportart gewinnt Togo. Ganze vergessen hier. Okay, Pfeils schießen. Das kriegt Deutschland hin. Das können die Deutschen. Oh Gott, da bleibt nichts hängen. Okay, das ist die Szenative. Die ist die Szenative. Das tut mir LIKE! Wie soll ich denn das machen? Was soll ich denn das machen? Ich will das machen? Ich will das machen! Und das machen das machen! Okay! Und das machen wir das machen! Ich will das machen! Johnny, wir sind zu schnell. Vorsicht. Oh Gott, er kippt nachher raus. Er kippt gleich raus da. Oh Gott. Gott, wir wollen Gold. Wir wollen Gold. Komm, Gold für Deutschland. Komm. Da waren wir weit weg von Gold. Wir haben alles dagelassen. Das wird auch kein Gold. Oder egal was. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist ein Paraguayan Schiele dabei, Mann. Komm, schnell. Nice one, komm. Zieh den Turbo, zieh den Turbo, Jimmy. Nice, Alter, nice. Ja, wenn das nicht Gold ist. Wenn das nicht Gold ist. Die Deutschen sind gut im Schwimmen. Schwimmen ist unsere Disziplin. Die haben den Weltrekord im Schwimmen. Woo. Nice. Oh, Deutschland 47 Punkte. Da ist die nächste Medaille. Jetzt geht's aber auch Schlag auf Schlag, liebe Gäste. Okay. Okay. Do it, do it, do it, do it. Just do it. Nice. Eine goldene, drei Bronzemedaillen. Nice. Und da ist sie. Die deutsche Nationalflagge. Wir können stolz sein auf unser Land. Und ja, liebe Leute. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, Deutschland holt die Medaillen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschaußen.